In dem Programmheft gelesen haben, haben wir Markus Sturm von SCZE.com zu verdanken. Ich sehe Markus nicht. Ich weiß nicht, ob SCZE.com noch im Bus auf dem Weg von Ahlen hierher ist oder in einem der anderen Räumen ist. Wir streamen das gerade live in den zwei anderen Räumen vom Hüttenmagazin. Deswegen auch unsere Bitte, von unserer Seite die linke Hälfte nicht in Ekstase geraten und aufspringen und jubeln. Die rechte Hälfte sehr gerne. Ja, Markus Sturm hat mich gefragt, macht ihr etwas für die Azubis, für Digital Aliens? Wollt ihr den Digital Aliens nicht mal Print und Publishing, was denen natürlich weitgehend fremd ist, etwas nahe zu bringen? Da dachte ich ja und ich wüsste nicht, wer es besser machen könnte als Nina. Genau. Herzlich willkommen. Ja, danke auch von mir. Herzlich willkommen. Ich bin Nina Wagemeyer, wer mich nicht kennt. Ich bin quasi heute Ansprechperson bei allen Orga-Fragen. Ansonsten steht auch Verena Schwörer unten bereit, wenn irgendwas Fragen da sind, immer gerne an mich. Wenn ich gerade nicht im Printing mitorganisiere, dann bin ich eigentlich im Marketing, vor allem beim Social Media Marketing. Ach, daher kommt wahrscheinlich die Idee. Genau. Ich hoffe, ein Großteil von Ihnen, auch unten in den Räumen, haben Instagram. Und wer unseren Instagram-Kanal noch nicht kennt, der muss ihn jetzt kennenlernen, spätestens. Denn alle dürfen ihre Handys jetzt benutzen, was früher in der Schule nicht in Ordnung war. Und unter Print Group finden Sie unseren Instagram-Kanal und da werden wir heute mehrere Abfragen mit Ihnen machen. Da starten wir auch direkt, nämlich ganz ins kalte Wasser und fangen an mit, wie oft habt ihr, haben Sie noch mit Prints zu tun? Die Umfrage wird in der Story sein, wenn, ich hoffe, heute mein WLAN hier funktioniert. Tolle Hautcreme. Schaut es euch mal an, die Verpackung, was drin ist und lasst es doch einfach mal durch die Reihen gehen, bitte. Haben wir schon ein Ergebnis? Genau. Cool. Die Mehrheit sagt, mehrmals am Tag hat man mit Print zu tun. Cool. Wir schauen mal am Ende des Vortrags, wie dann die Umfrage dazu nochmal aussieht. Prima. Dann übernehme ich jetzt auch mal, würde ich sagen. Genau. Fragen wir mal, wer kennt denn Unboxing-Videos? Ein kurzes Handzeichen. Links ein bisschen flacher, bitte. Ziemlich viele. Wer kann mir denn sagen, was ist ein Unboxing-Video und was ist das Besondere an einem Unboxing-Video? In einem Unboxing-Video geht es um ein begehrtes Produkt, wie zum Beispiel ein neues iPhone. Und dann wird zum Beispiel mit angezogenen weißen Handschuhen zum Beispiel das Produkt geöffnet und das wird ja oft auch zelebriert. Gerade bei Apple, wenn dort ein Produkt geöffnet wird, die geben sehr viel Geld dafür aus, damit die Verpackung extrem hochwertig ausschaut. Ja, und diesen Prozess, der wird dann gefilmt und hochgeladen und viele schauen sich das dann auch an, so als Vorfreude, selbst das Produkt auch zu bekommen. Genau, das ist richtig. Ne, ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Auch von Unboxing-Videos, ich hoffe zumindest einen, vielleicht kennen Sie. Unser Chef steht besonders auf dem in der Mitte. Das habt ihr schon vorher bei dem Spruch gemerkt. Genau, was hat das mit Print zu tun? Naja, wir wissen, wie gerade erklärt, die Leute sind begeistert von den Produkten, die da drin sind. Sie machen eigene Videos da drum, sie packen Sachen aus, sie nehmen die Verpackung, man kauft sie. Kylie Jenner ist bekannt, da wollen alle das als Sammel-Edition haben. Aber wer macht sich eigentlich Gedanken da drum, was da alles noch mit drauf kommt? Darf ich da noch kurz eine Frage stellen? Klar. Was hat denn das überhaupt mit Print zu tun? Na ja, kommen wir mal jetzt drauf, denn wie viel ist eigentlich da drauf, was drauf muss? Auch das nehmen wir weiter. Und was hat das jetzt wirklich mit Print zu tun und wo haben wir eigentlich Print oder was ist eigentlich das Problematische auch teilweise an Print? Wir haben ja diese Box, wo auch immer sie glaube ich gerade ist, rumgegeben. Hier nochmal als super professionelles Foto von mir gemacht. Wir sehen, die erste Seite sind eigentlich erstmal, was ist das Produkt, was kommt da drauf, aber nicht wirklich viele Infos. Auf der zweiten, wir sehen verschiedene Sprachen, wir sehen irgendwelche Angaben in tausend verschiedenen Sprachen. Wir haben da drunter die kompletten Inhaltsstoffe und das sind Punkte, die können wir nicht ändern. Die hat jede Box, klar, das ist jetzt Kosmetik, da ist es nochmal vielleicht ein bisschen mehr, aber Lego muss angeben, Achtung, bitte nicht schlucken, sonst können die Kinder sterben. Sie müssen angeben, wie viele Teile sind da tatsächlich drin an Füllmenge. Dann kommen wir bei dem Produkt auf die nächste Seite und da konnte das Marketing mal etwas tun und hat gesagt, komm, wir machen noch einen verkaufsfördernden Spruch hoffentlich. Das ist die einzige Angabe erstmal auf der Seite, die muss da erstmal nicht drauf, die ist reine Marketingaussage. Darunter sehen wir, wie wirkt das Ganze. Wer wusste es vielleicht, es muss auch drauf. Es muss drauf, wie kann ich das Produkt verwenden. Und das letzte, letzte Seite, auch da haben wir wieder die verschiedenen Sprachen und unten komplett Füllmenge. Es muss tatsächlich Füllmenge drauf und nochmal Angaben zum Hersteller auf unserer Sprache. Und wenn wir das jetzt mal alles in der Liste machen, sehen wir, wie viel Platz wir eigentlich nur haben. Alles, was mit so einer Alarmsirene quasi ist, ist ein Teil auf dem Produkt, was drauf muss. Das heißt, jemand, der da sitzt und diese Verpackung layoutet oder jemand, der sich überlegt, wie machen wir die Verpackung, muss diese Daten bei Kosmetik draufkriegen. Und das ist vielen gar nicht bewusst. Vielen ist nicht bewusst, was alles auf Print und welche Sachen dahinter stehen, ist dir nicht bewusst. Wir reden über Daten. Deswegen sieht man das auch, dass es der vierte Teil ist. Der erste Teil hat der Anfang Nullen und Einsen. Ja, und Nullen und Einsen wäre dann zu einfach gewesen. Das ist natürlich das Synonym für Daten. Und wir haben das schon vorher angesprochen, dass, wenn man die Verpackung anschaut, dass das eine Unmenge von Daten sind. Weil jeder kleine Zusatzstoff ist natürlich ein Datum, das gepflegt werden muss in verschiedenen Sprachen. Und natürlich sind die gesetzlichen Richtlinien in den verschiedenen Ländern auch unterschiedlich. Also ein sehr, sehr komplexer Prozess. Und man muss natürlich diese Daten, man muss mit diesen Daten umgehen. Und naja, ein größerer Teil weiß, in welchen Systemen man das macht. Das ist in den sogenannten PIM-Systemen, also in den Product Information Management Systemen, in anderen Systemen. Und da haben wir auch heute einen tollen Vortrag von Hamburg, der für die Einsteiger auch eine Übersicht gibt, welche Systeme es gibt so in der Welt, die solche Arten von Daten auf Websites, in den Apps, auf Print darstellen. Super Vortrag für den Einstieg, um einfach mal dann beim Abendessen locker mit drinnen. Ja, PIM, MDM, Damm, alles klar, CRM, gibt es noch jede weitere Kürzel. Kann man danach sattelfest diskutieren, Vortrag von Hamburg. Und natürlich ist auch eine wichtige Frage, wie diese Prozesse dahinter stehen. Darum beschäftigt sich eigentlich heute und morgen der Print Day und den Change-Prozess der Prozesse, auch dort spannende Vorträge. Das halte ich kommen. Nina, was meinst du denn? Auch zum nächsten Halbpunkt? Gerne. Und da gibt es jetzt für alle im ersten Raum hier oben, haben den besten Raum gewählt. Denn sie kriegen alle hier was aus der Tüte. Dürfen sie sich einfach rausnehmen. Aber dazu habe ich eine Frage, ich fange mal einfach hier an, einfach einen rumgeben bitte. Denn jeder hatte hoffentlich schon mal so ein Tütchen in der Hand, für alle, die es nicht gesehen haben. Es ist Haribo, es gibt natürlich auch andere tolle Marken. Genau, aber da habe ich jetzt eine Frage zu. Denn wer hatte schon mal so ein Tütchen in der Hand, wenn einmal am Handzeichen? Ich sehe, glaube ich, fragen wir mal andersherum, wer hatte so ein Tütchen noch nie in der Hand? Okay, für alle, die es gerade nicht sehen, alle hatten eins in der Hand hier oben. Dann kommt meine zweite Frage. Für alle, die es nicht lesen können, wann haben Sie schon mal so ein Tütchen bekommen? Was verbinden Sie damit? Einfach gerne reinrufen, ich wiederhole es dann nur für das Mikro. Kindheitserinnerung kam hier vorne. Belohnung, höre ich noch. Vielleicht noch einer? Warenpaketen, okay. Genau, also eigentlich, ich kann vielleicht von mir selbst sagen, ich kenne es von meinen Kindergeburtstagen, da wurde das von mir immer sehr freudig wie Kamelle geschmissen, zum Leidwesen meiner Mama. Deswegen, Emotionen spielen natürlich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Denn, wenn du schon mal weiterklickst, wenn wir ein Produkt sehen, ist es eine ganz, ganz sachliche Entscheidung. Es ist ein Produkt, brauche ich es? Vielleicht, ja, nein. Aber, wer denn kaufe ich es denn? Ich kaufe es bei Haribo zum Beispiel, habe ich das jetzt für sie gekauft. Und habe gedacht, boah, schön, kriegst du hoffentlich auch noch was ab, mal gucken, ob es reicht, wie früher. Ja, und das ist eigentlich ein Teil dahinter. Also die Emotionen spielen einen total wichtigen Punkt bei Print und deswegen wollen wir das auch noch mehr triggern. Aber jeder von uns, manche haben Kindheitserinnerungen, der anders wird an Belohnung erinnert. Wir wollen natürlich die Leute auch genau da abholen. Und deswegen geht es immer wichtiger, dass wir personalisieren und mehr die Leute wissen, okay, was sind deren Punkte? Wann kaufen sie denn unsere Produkte? Wann genau weiß ich denn oder wie kann ich diese Emotionen antriggern? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Print und der noch dazukommende, wichtigere Punkt sogar, dieses Erlebnis, was Sie nämlich jetzt gerade durchs Krüsseln hören, dieses Reinpacken, Anfassen, das kann nur Print. Digital, was kann man vielleicht in Zukunft vielleicht was anfassen, aber momentan, Sie sehen es, wir können es nicht anfassen. Wir haben das Gefühl, ich habe das gleich in der Hand, ich kann das gleich essen, Vorfreude, haben wir nicht. Das können wir so erstmal nicht schaffen. Deswegen das Heiligtum der Emotionen. Was denkt ihr, hat Nina noch eine Abstimmung für euch? Ich höre ein leises Ja. Genau, wieder auf Instagram, wieder auf unserem Printkanal, gleich in der Story, je schneller ich tippen kann. Durch welches Werbemittel werden Sie, wirst du auf ein Produkt aufmerksam, eher Print oder digital? Das ist auch ein bisschen synonym, wir haben jetzt 18 Monate Corona hinter uns und haben eine Digitalisierungswelle erlebt. Und wir haben sehr viel digital gemacht, das ist sicherlich super, aber auch 18 Monate, finde ich, hat irgendetwas gefehlt. Und zu guter Musik, jetzt unabhängig, ob Country und Western, wie man das mögt, eine coole Rüsselman-Blues-Band gehört, denke ich, auch dazu. Deswegen ist das natürlich auch, und das sagen auch alle Statistiken und alle Umfragen und alle Untersuchungen, der Mix der einzelnen Medien und der einzelnen Kanäle und der Touchpoints, ob das jetzt rein digital ist, ob das Print ist, in welcher Form der Mix macht es in der Customer Journey, in der Experience beim Kunden, wenn er von der Beratung, vom Interesse beim Kauf und bei der After-Sales unterstützt wird, auf allen Touchpoints. Und deswegen ein bisschen der Film, dass man sagt, hey, pure digitale Kommunikation ist sicherlich nicht ausreichend, wir brauchen noch ein bisschen Rüsselman-Blues. Wie ist es mit den Abstimmungsnummern soweit? Haben wir. Das ist ein ziemlich klares Ergebnis, denn 80% haben gesagt, sie werden durch den digitalen Kanal auf digitale Werbeplattformen, beziehungsweise durch digitale Werbemittel auf neue Produkte aufmerksam. Überrascht dich das jetzt, das Abstimmungsergebnis? Ein bisschen, ein wenig, denn wenn man sich mal die nächste Slide anguckt, haben wir uns nämlich mal gedacht, gucken wir doch mal, was die Statistiken sagen. Das ist jetzt allerdings von 2014 aus der Schweiz, gab es eine Befragung zwischen 15 bis 59-jährigen Personen, die gefragt worden sind, wie werden sie vorgängig auf interessante Produkte oder Marken aufmerksam. Und das ist zwar von 2014, aber es gibt auch neuere Auswertungen, auch im Dachmarkt, die einen ähnlichen Trend haben. Und da haben nämlich, an zweiter Stelle haben wir eigentlich Werbung durch Print. Das heißt, viele, wann sind sie schon mal auf der Straße gewesen, haben ein Schild gesehen, haben das abgespeichert und waren im Geschäft und haben gedacht, guck mal, irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Ziemlich häufig und das kriegen wir gar nicht mit. Klar, es gibt die neuen Medien, wie ich jetzt mit Social Media zum Beispiel, ich kriege da auch ganz viele Anzeigen, aber im Alltag kriege ich doch viel, viel mehr mit von Print. Und das zeigt auch die Statistik, dass der Trend eigentlich eher ist, okay, wir haben zwar noch TV-Werbung, anscheinend funktioniert die noch immer am besten, aber am zweiten Platz Print. Finde ich schon überraschend, sicherlich ist der Metatrend anders. Wir haben nachher noch eine Statistik aus der USA, die aus einer anderen Perspektive, aber etwas relativ Ähnliches hat. Aber bevor wir darauf einsteigen, Nina, hast du noch eine Abstimmung für uns? Natürlich, immer. Diese Überraschung immer. Jetzt müssen Sie mich eine Sekunde mehr tippen lassen, aber die nächste Umfrage, die Sie jetzt gleich wieder auf Instagram finden werden, muss ich eben fotografieren, wie lange verarbeiten Sie oder Ihre Informationen auf einer Webseite? Natürlich schätzungsweise, was so der Eindruck ist. Wir hatten heute schon einen netten Kameramensch, der gesagt hat, drei Sekunden. Von daher sind wir mal gespannt, was da kommt. Aber Horst, ich glaube, du hast in der Zeit, wo ich die Umfrage einrichte, was vorbereitet. Ich habe was vorbereitet. Geht auch in die Richtung der Verweildauer. Wie lange dauert die Gegenwart? Ziemlich gut. Es hängt von den psychologischen Modellen ab, zwischen 1,5 und 2,5 Sekunden. Das ist unsere Gegenwart. Das ist auch die Gegenwart unserer Wahrnehmung. Davor ist Vergangenheit. Und danach kommt die Zukunft. Also wenn wir kommunizieren in einem Frame, haben wir diese 1,5 bis 2 Sekunden. Danach Ende mit der Gegenwart, nächste Gegenwart. Und das ist natürlich für Kommunikation auf den verschiedenen Mediendevices eine sehr, sehr wichtige Geschichte und wird uns dann wahrscheinlich auch ein bisschen helfen, die Ergebnisse erklären zu können. Können wir schon mal reingucken. Es waren noch nicht so viele. Ich muss aber auch sagen, es war langsam im Tippen. Das kriege ich. Ja, ich bin mal langsamer am Tippen als du. Aber gehen wir doch mal rein. Tatsächlich hat die Mehrheit gesagt, circa 20 Sekunden. Kurz zur Abfrage. Es gibt natürlich kein richtig und falsch. Für alle, die sich immer wundern, dass da richtig und falsch steht. Gucken wir doch mal ins Heiligtum der Aufmerksamkeit. Denn wir haben uns auch da eine Studie mal zu Hilfe gezogen, haben gesagt, okay, schauen wir uns doch mal an, was machen wir denn eigentlich. Und 2018 gab es praktischerweise für uns eine Studie zu Medien, Sichtbarkeit, also Aufmerksamkeit. Wie lange ist die Aufmerksamkeitsspanne von Leuten und wie können sie danach noch sagen, was haben sie denn gerade gesehen? Also wie viele haben es denn richtig beantwortet? Und da war die Verweildauern bei Print und Online nur ein Sekunde Unterschied zur Kenntnis genommen. Die Leute haben danach dann gefragt, was haben sie denn gerade gesehen? Was haben sie für eine Werbung gehabt? Davon konnten bei Print 7,5% die Frage richtig beantworten. Bei Online waren es nur 1,4%, die die Frage richtig beantwortet haben. Das Ergebnis, was Sie unten sehen, ist dann aus den Zahlen quasi errechnet. Also wie lange braucht man ungefähr, um wirklich die Informationen zu haben? Beziehungsweise wie viel Zeit kann man wirklich dafür rechnen? Oder sind Leute bereit, um die Informationen zu sehen, aufzunehmen, zu verarbeiten und nachher wirklich noch zu wissen? Und da sehen wir, Print bleibt viel, viel mehr im Kopf. 1,5 Sekunden hört sich wenig an, aber im Vergleich zu Online, wo nur 0,3 Sekunden wirklich die Zeit ist, wo man vielleicht noch eine Aufmerksamkeit hat, ist relativ gering. Oder andersrum formuliert, Print füllt fast einen kompletten Gegenwartslot aus. Wenn man heute online, digital kommuniziert, egal auf welchen Touchpoint, hat man nur 0,3 Sekunden. Deswegen habe ich eingangs bei der Tonprobe, vielleicht habt ihr das gemerkt, wo ich gefragt habe, was ist das mit dem Tiltern, mit dem Wegwischen? Das sind genau diese 0,3 Sekunden. Und das ist natürlich ein Trend, vor allem bei jedem Touchpoint, die auf dem Medien-Device-Smartphone abläuft. Von daher gesehen hat man natürlich mit klassischem Papier schon ganz andere Möglichkeiten. Und glaubt nicht, wenn ihr die Werbung aus eurem Briefkasten wegwerft, dass ihr das nicht wahrnehmt. Glaubt nicht daran. Ratet mal, was jetzt kommt. Eine Idee? Fast? Nein. Enttäuschung, ich weiß. Nein. Sondern? Wie? Ja. Wir haben gedacht, ganz einfache Frage, ist Print immer gleich eingedrucktes Papier? Ist eine ganz einfache Ja und Nein Frage? Horst, ich würde sagen, in der Zwischenzeit, wie siehst denn du das? Genau. Ich habe schon ein bisschen eingangs erzählt, ich habe das Wort Medien-Device genannt, das habt ihr gerade eben schon gehört. Und ich fange einfach mal an, welche Medien-Devices es gibt. Es gibt natürlich überraschenderweise Smartphones, Laptops, Kioske und Spiele-Konsolen, das ist natürlich auch ein Medien-Device, auch ein großer Werbemarkt, was man vielleicht nicht ganz so immer wahrnimmt. Und natürlich Papier. Papier, wenn wir jetzt über ein Touchpoint reden, wenn wir über ein Katalog reden oder über ein Magazin oder über eine Mischung der beiden oder über ein Datenblatt, das ist die Frage nicht Print, sondern es ist einerseits die Frage, auf welchem Medien-Device diese Information dargestellt wird. Also auf dem, sowas wie ein Papier oder auf dem Tablett oder auf dem Smartphone. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene sind die sogenannten Touchpoints. Da spielt genau das ab, was wir machen. Ein Datenblatt, eine Website, eine Verpackung. Die Verpackung, die Erklärung innerhalb der Verpackung und, und, und. Das sind die sogenannten Touchpoints. Da gibt es so 150 verschiedene Touchpoints, die in Frage kommen. Also Touchpoints, wo der Konsument, der Interessent mit Informationen zu einem Produkt, das er dann hoffentlich irgendwann kaufen will, in Berührung kommt. Also auch das Filmplakat zum Beispiel, das Plakat oder Insta-Kommunikation. Das ist die Welt der Touchpoints. Und dann gibt es hier unten die zeitliche Achse. Wenn ein Konsument was kaufen will, dann gibt es einen Impuls. Denkt da an die eine Umfrage. Wenn es gerade jetzt kein Bedarfsmittel ist wie Waschpulver, wenn ihr glaubt, ich bin da jetzt auf eine super Idee gekommen, etwas zu kaufen. Wenn ihr glaubt, dass das eure Entscheidung war. Ihr wurdet natürlich von irgendwo getriggert. Das ist so der Impuls. Dann kommt ihr in die Beratung rund um Kauf. Das kann natürlich sein, dass ihr auf sozialen Medien mal schaut oder den Held der Steine euch anschaut, ob das etwas taugt oder nicht. Oder auch im Print das liest. Wie auch immer. Und dann kommen wir in den eigentlichen Kauf, der natürlich immer stärker digital wird. Dann haben wir die Auslieferung. Da war ja ein super Beitrag. Vorher bei der Haribo-Tüte hat jemand gesagt, hey, das war im Paket drin. Das ist natürlich auch bei der Auslieferung. Jetzt macht das Haribo-Tütchen zur Belohnung. Ist natürlich eine super Sache. Aber da können dann natürlich wiederum individualisierte Angebote im Paket sein. Also so gesehen, Fritz Herberger würde sagen, nach dem Kauf ist vor dem Kauf. Und nehme ich dann wiederum in die After-Sales-Marke. Das ist so ein bisschen wie der Unterschied zwischen Touchpoints und Mediendevice. Also wenn jemand sagt, hey, Print ist tot, dann ist natürlich die zentrale Frage, reden wir über das Mediendevice, also über das Papier, oder reden wir über ein Touchpoint, wie zum Beispiel ein PDF-Dokument, das auf einer Website herunterzuladen ist. Das sind zwei völlig unterschiedliche Aufgabenstellungen. Beides hat natürlich was mit Print zu tun. Weil, was ist das Charakteristika vom Papier, neben der Haptik und dieser Emotionalität, über der wir gesprochen haben? Das Thema ist, wir können das nicht lesen, nämlich die Herausforderung, begrenzte Informationen auf einen begrenzten Platz zu bringen. Hoffentlich lesbar. Und das ist die hohe Kunst vom Print. Das ist das, was wir seit 300 Jahren gelernt haben, wie wir Informationen auf den begrenzten Platz Papier gebracht haben. So, jetzt an die Digital Natives. Was hat das jetzt mit einem Smartphone zu tun oder mit meinem Medienverhalten, das stark digital geprägt ist? Es hat sehr viel zu tun. Weil, wenn man sich so die digitalen Mediendevices anschaut, der Platz war immer geringer. Also, früher waren die Bildschirme groß, dann kamen die Laptops, waren ein bisschen kleiner. Und jetzt wurden viele Laptops, dann kamen die Tabletts und die wurden dann durch die Smartphones kannibalisiert. Also, auch die digitale User Experience muss sich immer mehr beschäftigen, wie sie, es gibt ja auch nur 0,3 Sekunden, wenn ihr euch daran erinnert, wie man begrenzte Informationen auf ein digitales Device bringt. Wir haben da auch einen spannenden Vortrag morgen vom Herrn Wossenjagd von Vargo, der sich in dem Bereich Datenblätter auch unter anderem um dieses Thema erlangt. Und deswegen, das zu dem Thema. Ich glaube, wir haben viele Experten, denn tatsächlich haben 83% gesagt, nein, Print ist nicht immer gleich eingedrucktes Papier. Ich glaube, das trifft keine Aussage, die du eben hattest mit, wir haben ja auch PDFs und so ganz gut. Ja, ich sage immer, mit dem Prinzip werden 97% der Dokumente, die gerendert werden, sind digital, die kommen gar nicht mehr auf die Druckmaschine. 3% sind noch durch das Medien-Device Papier, was aber ein super Medien-Device ist, haben wir ja schon darüber gesprochen. Haben wir noch, haben wir noch eins? Ich glaube schon. Wir haben noch eins. Bevor wir die letzte, versprochen die letzte Umfrage, nehme ich dieselbe Umfrage von ganz am Anfang. Jetzt schauen wir mal, ob der Vortrag gewirkt hat oder nicht. Hast du denn in der Zeit noch ein Heiligtum für uns? Ja, ich habe immer noch ein Heiligtum. Und das ist das Heiligtum Vertrauen. Ich habe es schon angedeutet, wir haben auch eine Statistik aus Amerika, was sicherlich ein Land ist mit einer hohen Digitalisierungsgrad. Man kann jetzt bei der Schweizer Umfrage sagen, naja, die Europäer und vor allem die deutschsprachigen Leute sind halt noch ein bisschen old school, die sind noch hinter der Digitalisierung hinten dran. Und dann schauen wir uns mal ein Land an mit einer sehr weitgehenden Digitalisierung, nämlich den USA. Ja, 56% der amerikanischen Konsumenten vertrauen diesem gedruckten Ding. Das liegt wahrscheinlich auch daran, wenn mal jemand einen Tweet schreibt, wo er behauptet, dass man einfach Infektionsmittel spritzt und alles gut ist, kann man ja löschen. Also es ist nicht sehr beständig, sondern es ist eher fließend. Das hat dann auch wiederum was mit diesem Mediendevice Papier zu tun. Oh, das ist gedruckt, das kann ich jetzt, ich kann meinen Tweet nicht rückgängig machen. Also ich muss mir schon genau überlegen, was ich da drauf schreibe. Das ist sicherlich einer der Gründe. Das Zweite ist genau das, was auch die Studie in der Schweiz völlig bestärkt, das Print triggert für die digitale Kommunikation. Da haben wir natürlich eine Rollenveränderung von Print. Früher war natürlich Print auch das Informationsmedium. Das ist natürlich heute, geht man online und holt sich die Information. Aber als Impuls-Trigger-Medium ist das ein starkes Instrument in der Kommunikation. Das andere ist, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, und so geht es euch auch, wie viele digitale Nachrichten ich bekomme, weil ich ziemlich viele digitale Helferchen habe, die mich nicht vollmüllen. Wenn ich es nicht vergesse, schaue ich zum Beispiel einmal in der Woche dann in meinem Spam-Ordner nach, ob da irgendwas drin ist, was vielleicht doch von Relevanz ist. Das passiert leider hin und wieder auch, dass da eine ziemlich gute Sache, aber ich muss das machen, sonst werde ich völlig zugemült. Und das ist sicherlich Print auch ein Medium, um die digitalen Wellen durchzubrechen, weil es genauso viele digitale Strategien es gibt, sehr gut zu kommunizieren, gibt es genauso viele digitale Helferchen, die es versuchen zu vermeiden. Das ist so gesehen auch ein Krieg zwischen beiden Seiten. Ja, und das auch, was die Leute bringt, hier ganz klar in den Staaten, sagt die Studie, dass Print deutlich länger gelesen wird wie digitale Medien. Deswegen hat uns das Ergebnis dieser einen Statistik überrascht. Und ja, hast du ein Ergebnis? Ja, also tatsächlich haben wir jetzt fast keine Streuung mehr. Alle haben jetzt gesagt, wir haben mehrmals am Tag mit Print zu tun. Gut gemacht, sonst hätte es auch keinen Kaffee gegeben. Genau. Prima, ich glaube, dann sind wir auch schon fast am Ende. Wir haben natürlich noch ein bisschen Raum und Zeit für Fragen. Und wir haben, nein, wir haben noch was. Ah ja, ach, wie lange gibt es eigentlich noch Print? Das ist meine letzte Frage an dich. Es gibt eine schnelle Antwort. Gerne. Ich habe mehrere schnelle Antworten. Die erste ist, ich habe keine Ahnung. Die zweite schnelle Antwort ist, sicher deutlich länger, als man sich das vorstellt. Das hat einen simplen Grund. Ihr habt es schon mehrmals gehört. Wir haben die Digital Aliens, wir haben die Digital Immigrants. Meiner einer, und dann haben wir die charmanten Digital Natives. Die Immigrants und die Aliens sind mit Papier aufgewachsen, also mit dem Medien-Device Papier. Und die sind, solange es jetzt keine Fashion ist für eine junge Zielgruppe, sind die noch über Jahrzehnte noch eine relevante Zielgruppe. Die nimmt natürlich ab, von Jahr zu Jahr. Das ist der natürliche Gang der Dinge, aber diese Zielgruppe wird über die nächsten Dekaden noch relevant werden. Oder relevant bleiben. Von daher gesehen, wenn du jetzt keine Produkte hast für junge Menschen, musst du in der Kommunikation auf dieses erlernte Medienverhalten Rücksicht nehmen. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn man sich auch die Medien-Devices anschaut, der PC wurde durch den Laptop kannibalisiert, weitgehend. Der Laptop hat Konkurrenz bekommen durchs Tablett. Dann kam das Smartphone. Also die digitalen, dann kommen jetzt irgendwann, gibt es die Renaissance der Google Classes, da brauchen wir noch drauf warten. Also die digitalen Medien-Devices kannibalisieren sich. Das Papier ist ziemlich einzigartig. Und um das zu verdeutlichen, hat unsere IT, gestern war das? Wenn du mir sagst, was kommt, bestimmt. Zur Verdeutlichung mal Facebook abgestellt. Ich weiß nicht, ob Sven da ist. Guter Job, Sven. Normal dauern unsere Tickets in der Admin-IT ein bisschen länger. Außer die internen dann. Außer diese. Und die Verfügbarkeit vom Papier als Medien-Device ist natürlich unübertroffen. Wenn das Ding mal hier drauf geschrieben ist, auch wenn der Strom ausfällt, wenn das hier runterfallen würde, das ist immer noch da. Es hat das haptische Erlebnis. Also es hat, es ist natürlich, wenn ich es drauf geschrieben habe, nicht mehr aktuell. Also es hat auch ganz klare Nachteile. Aber es hat auch Charakteristika, die zumindest heute in keinem digitalen Medien-Device abbildbar ist. Deswegen bleibt das auch, und das zeigen eigentlich auch alle Statistiken, Print eingebettet in der digitalen Kommunikation ist auch ein starkes Instrument. Also einerseits bleibt es aufgrund der Zielgruppen erhalten, auf der anderen Seite bekommt es in der digitalen Kommunikation eine neue Bedeutung. Auch darüber haben wir morgen jede Menge Vorträge. Fragen und ansonsten schon mal danke fürs Zuhören. Dankeschön. Fragen?